herzlichen willkommen zur weiteren folge auch noch zwischenmarsch hier kommt bei nach feld 2 fertig und wir werden bald die aussage beginnen das war gerade meine wasserkanne plastik kein problem ich glaube schon eine folge mehr mach nix wir ziehen die folge jetzt durch eine folge mehr die woche vielleicht mache ich auch für sonntag 2 dieser strom wird auch fertig der dick wird noch nicht da wird nichts mehr kommen er hat jetzt frei das werden wir jetzt noch auffüllen und dann werden wir die kühe noch streuen das überfahrt jetzt können wir gleich den kurz dröschen der ladewagen bisschen schaden hat er schon der ladewagen ganz schön groß schön stahl wenn wir nicht träumen ja wir weiter hier hingestellt wer war denn das wer war das denn wieder ja man wotlaufen ne so hab unter dem Rohr und dann geht es los Na, einsteigen. Oh, Zauberhand. Toll. Wenn wir nicht alles brauchen, aber so haben wir jedenfalls erst mal die Kühe versorgt. Und wir wollen gleich mit dem Wasser noch mal fahren. Oder Wasser haben, was ich wie. Da hab ich noch nicht geguckt. Ja, das war nix. Die Luft rauslassen höchstens. Rück kurz ran fahren lassen. Oder in den kleinen gelben. Gut, auskippen. Lieber nicht reinkommen, als nicht mehr rauskommen. Viel schlimmer. Leer machen. Und dann geht er los. Klein wahrnehmen. Wir müssen beide waschen, aber räumt man nicht. Ich steig mich auch da vorne hin. Neben dem Kalkstreuer. So, jetzt fangen wir mit dem kleinen... ...kleinen Anhänger. Obwohl er kippt da oben aus. Aber das ist manchmal ein bisschen... ...in der Halle wird ungünstig. Aber gut. Ich will ja nicht ganz hoch cappen, ne. So, der Gruppe ist noch fleißig bei. So, der Gruppe ist noch fleißig bei. Ja. Ich hab die Zeit noch nicht gedrückt. Ähm. Verkehrte Einfahrt. Ja. Aber hier lang. So. Neuer Versuch. Oh, die ist jetzt nicht so hoch wie der andere Wagen. So. Sonne ist weg. Jedenfalls in einem Berg. Ein Blick im Schatten. Hier ist aber fast genug rein. So auskippen ist gefährlich. In dem Dach. Geh' von rein. Alter. So viel. Ja, schon der erste Mist da. Hehehe. Ah, es dauert eine Zeit. Die Gruppe ist noch dabei. Noch Ladung Strom reinbringen gleich. Strom muss da sowieso rein. Start. Das war's. Ja, das Spiel von vorne. Das piepst doch gar nicht. Wie viel Prozent. Hätte ich vorher geschaut, wäre ich nicht gefallen. Gut, aber ich traue immer noch eine Ruhe. Zehn Tage, aber ich weiß. Ja, das ist ein verkehrter Punkt. Da wieder ein Lager rein. Da kommt man noch bei. Schauen wir gleich. Ja, das sieht gut aus. Können wir denn gleich starten? Außer Mais. Aber nicht mehr heute. Wir werden alles vorbereiten, hinstellen. Und dann können wir zur nächsten Folge starten. Gras ist gedüngt. Das andere ist auch gedüngt alles. Soweit. Das muss noch wachsen. Das geht nicht. Fertig. Fertig, fertig. Kalk ist auch fertig. Geflügt muss es wie gesagt auch werden, aber wie gesagt, das machen wir erst zur nächsten Aussage. Und Unkraut ist noch nicht da, aber das kommt auch noch. Dann kann ich ja mal Armut essen. Dann bleiben wir wieder fast, fast dreiviertel sieben. Naja, das ist Freitag, deswegen. Ich darf morgen nicht reinkommen, das ist gut. Europa hat einen Scharen von 25%. Naja, das ist normalerweise ein bisschen viel. Das ist für so keinen Angehalt. Und... Ende. Zusammenklappen. Sally. Ja, Sally ist Sally, ne? Aber ich weiß nicht, wie die Namen da einkommen sind. Keine Ahnung. Eben sind die vorhanden? Oder... Na ja, das... Roland Mott war ja vom 17er... Umgeschrieben auf den 19er. Vielleicht greift es auch dieselben Namen zu wie vom 17er. Ich weiß es nicht genau. Stellen wir auch oben hin. Das war der Terrenpfahl. Ups. Da war der Heubände. Jetzt wollen wir um die Seemaschine. Voll machen. Vorbehalten. Feierabend. Dann geht's zur nächsten Arbeit. Komprimieren. Titel eintragen. Und bereit machen zum Hochladen. Erst aufklappen ist klar. Und wenn wir voll machen, ne? Da brauchen wir Dünger rein. Dünger geht sehr viel rein. Meist so halb, sehr wenig. Müssten wir eigentlich einen Kurs machen. Und das entsprechend aber mal schauen. Mal schauen. Vielleicht kommt das auch hin mit Mais. Sagtgut. Sagtgut. Erstes Mal heute Sagtgut vollgemacht. Liegen gerade jetzt. So, das fahren wir auf dem Feld. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, dann haben sie auch geschafft. Weil ich wieder Zeit zu spät gedrückt habe. Garantiert irgendwo. Ja. Ich habe mich schon länger als geplant. So, dann fahren wir mal vorne am Ende. Am Anfang, ne? Wo wir am Anfang. Oben links. Wachstum müsst ihr haltig nachts kommen wieder. Aber wirklich schlafen. Da kann ich mir mal drin. So. So, meine Frau, die Landschaft. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, er hat gefallen. Ich würde mich freuen, wenn man ein Like. Sag mal Danke. Ansonsten hören wir uns nicht zur nächsten Folge. Und euch Ciao. Und wenn wir hingehen, bis dann. Ciao, ciao.